Ja, ich muss hier mal ganz kurz irgendwo hinlaufen, wo ich mich verbinden kann. Ich hab auch nicht mehr so viel Blut. Ich feinte gerade und die Zombies kommen und essen mich. Nice. Ich hör dich nicht schreien. Holy shit! Was? Wo bist du? Ja gut, ich lauf wieder. Egal, ich guck mal, ich baite ihn mal ein bisschen. Ich seh ihn, ich seh ihn. Wo? Wo im blauen Haus. Ich hab keine Farben. Ich hab keine Farben. Hast du ihn? Nee. Welches ist denn das blaue Haus? Das große Haus, in dem wir eben drin waren, da ist er irgendwie drin. Ich dachte, irgendwo muss ich da drin sein. Wie ist er denn da reingekommen? Er ist an mir vorbeigelaufen, weil ich vorne rausgeguckt. Wo bist du denn? Südlich von dem Haus, immer noch auf dem Compound schon. Ich bin direkt beim Tower. Okay, dann siehst du mich. Ich bin links von dir. Links von mir laufen Zombies. Alter, ich mach nen Trick. Ich lauf da oben rein. Guck dir das mal an, was ich mach. Siehst du das? Nee. Jetzt bist du irgendwie weg. Aber er müsste da irgendwie noch drin sein. Oder er ist vorne rausgelaufen. Eins von beiden. Ich bin oben drin. Man kam außen rauf. Ja, aber die folgen ganz viele. Ja, aber ich bin eh tot. Der Spaß ist hier irgendwo noch. Okay. Ich mach mal Sneaky. Ah shit! Was?